Edel, originell und durchdacht geplant. Das ist die Interleving Küche Serie 3059. Die markante neue Frontfarbe Black Green mit Akzenten in Schwarz und Weiß sowie der praktische Ansetztisch laden zum Kochen und Genießen ein. Die Interleving Küche Serie 3059 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interleving Küchen Profis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die exklusive Einbauspüle und die Armatur in edlem Schwarz begeistern durch hervorragende Materialien und puristisches Design. Der Ansetztisch in Marmor-Weiß-Nachbildung mit schwarzer Metallkufe lädt zum geselligen Kochen oder zum Einnehmen kleiner Snacks ein. Geräumige Auszüge unter dem Kochfeld garantieren beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Soft-Einzug schließen Sie leichtgängig und lautlos. Die schwarzen Metallregale im Industrial Look bieten den idealen Platz für häufig genutzte Dinge, Kochbücher oder Dekoration. Leicht erreichbarer Stauraum in Hänge und Unterschränken findet sich ebenfalls in der sinnvoll konzipierten Küchenzeile. Das offene schwarze Regal an der Küchenzeilen-Stirnseite setzt einen dekorativen Akzent und verbindet die Küche harmonisch mit dem Wohnbereich. Die Interliving-Küche Serie 3059 trägt das Goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving – Küche für mich gemacht